Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Weiter geht's. Erstmal Soundcheck. Und jetzt kannst du das Ende weitergehen. Weiter. Ich komme zu einer neuen Welt. Zu einer neuen Welt. Da oben ist ein Wurmloch und hier ist ein Wurmloch. Das ist näher. Deswegen gehe ich hier dann. Haha. Da ist ja das Wurmloch. Sieht irgendwie unheimlich aus. Ob es wohl zu einen neuen Welten führt? Ja genau. Rein. Das sind viele. Oh Mann. Das sind viele. Mächtig viele. Oh Mann. Was war denn das für eine Armada? Wow. Ah. Oh. Meiner, da ist eine neue Welt. Agrabah, landen. Hi, Malifis. And the keyhole. Jafar. The Heartless are searching for it now. I'm certain we'll find it soon enough. So that just leaves... Hallo. Jafar, I've looked everywhere for Jasmine. She's disappeared like magic. Hm, the girl is more trouble than she's worth. You said you had things under control. Agrabah is full of holes for rats to hide in. Okay. Why worry about Princess Jasmine? With her, or without her, surely this world will be ours when we find the keyhole. We need all seven princesses of heart to open the final door. Any fewer is useless. Well, if the princess is that important, we'll find her. Find Jasmine and bring her to me. Don't steep yourself in darkness too long. The heartless consume the chaos. Your concern is touching, but hardly necessary. Gutes Versteck. Okay. Komm, komm ich an. Werd ich schon... Muss ich schon campen. Hm? 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 Eine Kiste. Öffne mal die Truhe. Mega-Push. Oh, oh, oh. Mega-Äther. Ach, der Durchgang ist noch verstellt. Heißt, ich kann doch nie überall lang. Auf zur Hauptstraße. Selbst der Weg zum Palast ist versperrt. pet der Weg zum Haus. Get that easiest now faze. Hmm? Fire! Oh, ne Truhe. Öffne dich. Schon wieder ein Mega-Ether. Wo kommt ihr denn her? Auf in den Lagerhof. Mal gucken, was hier ist. Mein Name ist Jasmin. Mein Vater ist der Syltan von Agrabah. Oh, also bist du eine Prinzessin. Aber er wurde von Jafar gestört, der nun über die Stadt herrscht. Jafar? Hast du noch nicht von ihm gehört? Er ist der Großvizier. Er besitzt böse Kräfte und hat Agrabah unterworfen. Er sucht zwar zwölf mit etwas. Er nennt es das Schlüsselloch. Jafar hat mich auf der Flucht erwischt, aber er hat mir geholfen. Was? Warum das? Wer hat dir geholfen? Wir hatten uns in der Nähe versteckt, aber er musste noch etwas erledigen. Oh, ich hoffe, Aladin ist nichts passiert. Ein Lagerhof. Wo kann ich diesen Stree-Rat finden? Jasmin. Verst du mir, dass ich dir eine stärkere Firma finden, meine liebige Prinzessin? Diese kleinen Ratten wird es nicht tun, was du siehst. Jasmine, ruf! Ah, der Junge, der die Schlüssel hält. Auf nach oben! Ah! Werf mich nicht runter! Auslösen, würde ich sagen. Das ist noch nicht frei. Und wir zur Hauptstraße. Was? Laufende Kisten. Wo müssen wir jetzt hin? Ich geh mal zum Stadtportal. Ah, ein Speicherpunkt. Und das kann ich immer noch nicht holen. Und ich würde sagen, ja, hier mache ich... Hä, versteckte Kiste. Ich speichere mal. Und ich würde sagen, ich mache jetzt hier einen Cut und bis zum nächsten Part. Oh Gott!